Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich komme gerade aus einem 12-Stunden-Stream Diablo 4 mit der Community. Wir liefen eigentlich 11 Stunden ungefähr zusammen rum. Hat richtig Bock gemacht. Und wir haben es heute tatsächlich geschafft, ihr seht es oben schon, auf Weltstufe 4 zu grinden. Am zweiten Tag der Season. Extrem krass. Gestern hatte ich auch schon einen 12-Stunden-Stream. Gestern sind wir auf Weltstufe 3 gekommen und heute dann in dem Stream auf Weltstufe 4. Übrigens, wenn ihr beim Streamer dabei sein wollt, dann checkt mal unten den Twitch-Kanal ab. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal dabei sein. Jetzt gerade bin ich übrigens auch live. Wie ihr am Titel schon gesehen habt, geht es darum, welche Aufgaben ich gemacht habe, um am schnellsten zu leveln und am zweiten Tag, wie gesagt, auf Weltstufe 4 zu kommen. Und das sind drei Sachen. Stützpunkte, Legionen, Flüsterbauen bzw. Dungeons. Und das in Kombination macht es, dass ihr richtig, richtig krass Power levelt. Außerdem müsst ihr natürlich immer einen Elixier parat haben. Eins dieser Elixiere, damit ihr immer einen 5% Boost bekommt. Das macht am Ende relativ viel aus tatsächlich. Und was ich gemacht habe und was ich euch empfehlen würde, ist folgendes. Es gibt ja diese Ansehenspunkte hier. Und die wäre am besten, wenn ihr auf Level 50 alle Gebiete hier voll hättet. Mir fehlen noch drei Stück leider. Das wäre der Optimalfall, damit ihr sofort 20 Paragon-Punkte habt. Altäre von Lilith und die entdeckten Gebiete solltet ihr eigentlich schon haben. Seid ihr neu im Spiel, solltet ihr die auf jeden Fall während der Story alle einsammeln, bevor ihr mit der Season startet. Und dann natürlich die Wegpunkte sammeln und dann, wie gesagt, die Stützpunkte bei den Stützpunkten immer darauf achten, dass die Stützpunkte ungefähr 5 Level über euch selber sind. Und dann gibt es den Flüsterbaum. Der wird freigeschaltet, nachdem ihr die Story durchgespielt habt auf eurem Main-Account. Und hier könnt ihr solche Dungeons abschließen. Diese Dungeons geben 5 grausige Gaben, 1 Kodex der Macht und 40 Ansehenspunkte. Das wurde nämlich im letzten Patch erhöht. Da seht ihr das. 40 Ansehenspunkte für ein Dungeon. Und was ich gemacht habe, ist diese Dungeon hier abzufarmen. In jedem Gebiet gibt es ein Dungeon pro anderthalb Stunden. Hier den Dungeon habe ich eben schon gemacht. Das war Sarath Unterstub, der war sehr geil. Und die mache ich alle anderthalb Stunden. Ihr seht das, verfällt in 2 Minuten. Und dann würde man direkt den nächsten machen. Die auf jeden Fall immer abfarmen. Wenn ihr die fertig habt, dann entweder Stützpunkte machen. Und wenn ihr alle Stützpunkte durch habt, Legion machen. Und das habe ich immer im Wechsel gemacht bis Level 50. Wir waren die ganze Zeit zu viert oder zu dritt. Das hat nochmal ein bisschen Buß gegeben. Hat es auch ein bisschen schwieriger gemacht. Aber hat auch nochmal einen Erfahrungsbuß gegeben. Und das sind die 3 Dinge, die extrem wichtig sind. Der Totenbaum in Kombination mit den Dungeons. Die Stützpunkte, davon gibt es insgesamt 15. Und die Legion. Legionen und Weltenbosse solltet ihr immer mitnehmen. Legionen und Weltenbosse sind tatsächlich die beste Erfahrungseinnahmequelle bis Level 50, würde ich sagen. Ihr habt dort das Lagerfeuer, was bis zu 15% mehr Erfahrung gibt. Mit dem Elixier, was ihr habt, nochmal 5%. Die Gegner sind 2 Level über euch, gibt 3%. Ihr habt Kollegen bei euch, das gibt nochmal 5-10%. Also ihr kriegt richtig krass viele Buß. Und sehr, sehr viele Gegner, die dort sind. Und manchmal geben die Legionen sogar 3 grausige Gaben. Also Legionen ist einfach im Early Game bis Level 50 sehr, sehr, sehr belohnt. Und dann solltet ihr auf Level 50 auf jeden Fall Weltstufe 3 freischalten können. Oder zumindest versuchen und dann schaffen. Und auf Weltstufe 3 gibt es nur eine Sache, die ihr machen müsst. Und das ist natürlich weiterhin diese Dungeons hier fahren. Das ist ganz wichtig. Das heißt, in diesem 1,5 Stunden Zyklus immer wieder die Dungeons fahren, die ihr noch nicht habt. Ihr habt gerade gesehen, die sind gereloadet. Und da könnt ihr immer sehen, wenn hier so ein als Belohnung für den ersten Abschluss dabei steht, dann habt ihr den noch nicht gemacht. Ihr kriegt 40 Ansehen, ihr bekommt den Codex der Macht, ihr bekommt 5 grausige Gaben und Erfahrung natürlich. Und das würde ich auf jeden Fall immer alle 1,5 Stunden machen. Wenn ihr die beiden jetzt schon fertig habt, sagen wir mal, ihr hättet die beiden gemacht. Da macht ihr weiter Nightmare Dungeons oder halt Legionen. Oh, ich sehe gerade, da kommt gleich ein Weltboss. Den würde ich auf jeden Fall machen. Ein Wort zu den Siegeln. Sobald ihr ein Siegel Level 3 abgeschlossen habt, könnt ihr Siegel beim Okkultisten selber herstellen. Das ist natürlich sehr einfach und sehr gut, weil ihr dann Siegel besorgen könnt, die einfach sind. Dazu gehören Grube des Toten Mannes und Komdor Tempel. Die beiden sind die besten, die ihr machen könnt auf Weltstufe 3. Weil auf Weltstufe 3 nicht alle freigeschaltet sind, sind die beiden die besten. Am besten zu zweit oder zu dritt. Dann könnt ihr euch nämlich schön aufteilen und die Nightmare Dungeons extrem schnell abfahren. Die ersten Siegel, die könnt ihr finden, zum Beispiel durch den flüsternen Baum. Das heißt, dort solltet ihr auf jeden Fall das ein oder andere Siegel bekommen. Könnt dann die Siegel hier entweder wiederverwerten oder halt erstellen im späteren Spieldurchlauf. Und sobald ihr Level 60 oder Level 65 seid, könntet ihr dann endlich auf Weltstufe 4. Das hier ist übrigens ein versammelte Legion. So sieht das Ganze aus. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass ihr die Stützpunkte alle schon freigeschaltet habt. Deswegen Stützpunkte auf jeden Fall Prio 1 bis Level 20, 30 solltet ihr auf jeden Fall die Stützpunkte alle haben. Die Stützpunkte in Kijistan brauchen teilweise Stufe 45. Da würde ich so ab Stufe 35 hingehen, weil ihr wisst ja mit dem letzten Patch, geben Gegner, die über 10 Level über euch sind, nicht mehr Erfahrung. Deswegen macht es keinen Sinn, Gegner zu besiegen, die mehr als 10 Level über euch sind. Deswegen auf jeden Fall darauf achten, dass die Gegner niemals 10 Level über euch seid. Da macht es euch unnötig schwer und kriegt dadurch nicht mehr Benefit. Und so habe ich es tatsächlich auf Weltstufe 4 geschafft, am zweiten Tag der Season. Es gibt noch eine Sache, die extrem wichtig ist. Hauptquest, das heißt dieses Season-Quest, könnt ihr komplett ignorieren bis auf die allererste Aufgabe. Die geht relativ schnell. In 10 Minuten habt ihr hier durch. Weil es gibt diese Herzen hier, die ihr in eure Schmuckstücke machen könnt. Und da gibt es ein Herz für den Druiden zum Beispiel, das extremst krass ist. So das ist hier. Das erhöht den Crit-Schaden um 60%. Und da gibt es sogar Rolls bis 65%, wenn das die Stufe höher ist. Also diese Herzen zu sammeln dann auch bei den Elite-Gegnern ist extrem wichtig. Da gibt es noch eine Kleinigkeit. Ich werde da nochmal ein extra Video machen zu den Herzen. Ich hoffe, dass ich es morgen hinkriege. Es gibt hier dann diese Werkbank und hier könnt ihr Truhen herstellen. Und diese Truhen können auch zornerfüllte Herzen haben. Zornerfüllte Herzen sind komplett broken. Also ich wirklich übertreibe nicht. Wenn ich sage, es ist etwas broken, dann ist es wirklich broken. Wir hatten Mango dabei bei Weltstufe 3 bei Elias. Und es gibt ein zornerfülltes Herz, das Elias auf einem Schlag ein Drittel abzieht. Einfach so, auf einen Schlag, ohne dass du irgendwas tust. Einfach nur, weil du dieses Herz in deinem Schmuck hast. Und die Herzen haben auch noch Rüstung. Also das wusste ich auch nicht. Die Herzen geben tatsächlich auch nochmal zusätzlich Rüstung. Ich kann das mal gerade zeigen. Denn hohe Herzen geben sogar mehr Rüstung als einen Totenkopf auf höchster Stufe. Und die Herzen könnt ihr schon auf Level 1 einsetzen. Also wirklich ganz, ganz broken. Hier, brutales Herzstufe 2 hat 240 Rüstung. 248. Also extrem, extrem krass, was hier die Herzen. 271 Rüstung. Also das ist extrem krass. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch ein Video zu den Herzen kommen. Ich hoffe, dass ich es morgen hinkriege. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow auf dem Kanal da lassen. Ich würde mich extrem über ein Follow, über ein Follow, über ein Like auf dem Video freuen. Und eure Meinung zur Season. Ich hatte ja gestern ein Video hochgeladen zu Patch 1.1.1 und dem Entwicklertalk. Wer das gesehen hat, mich interessiert extrem, wie ihr das seht mit der Season. Seid ihr zufrieden mit der Season? Weil für mich gibt es schon ein paar Kritikpunkte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da würde mich extrem interessieren, was ihr zur Season sagt. Und ja, bis zum nächsten Mal Leute. Orgain.